So, hi, äh, so, hi, Sekunde, ich hab aussehen, hab ich schon wieder versagt und die Livestreammusik natürlich nicht angemacht, ich hätte auch klug sein können, so, wait a second, so, gut, dann jetzt erstmal, hi, deine Stimme, schrecklich, holy shit, deine, das hab ich echt noch mit Kogiskeeks, also erstmal, hi, dein Ossi, hi, Linda, hi, Kogiskeeks, ich hab, äh, wie gesagt, gestern noch, also, hab ich ja schon gestern angekündigt, AFK jetzt, dass StrangerVDLC, äh, alle Leute für den Kampf rekrutiert, das war ja nicht besonders spannend, bedeutet, heute können wir endlich das BCVDLC beenden und Kogiskeeks kann dann, insofern er noch will, sterben, weil er dann nicht mehr besessen wird, wenn er kurz vor dem Sterben ist, das war das, was ich eigentlich basically gemacht hab, na, jetzt hab, ich hab, ihr habt mir geklickt, ich hab na gesagt, oh Gott, ich wollte nicht nein sagen, aber, wie gesagt, also, wie ich immer gehört hab, ich hab na gesagt, keine Ahnung, ey, schmier, ich weiß gar nicht, was hier los ist, aber erstmal, hi, natürlich, freu mich, dass ihr da seid, ihr wisst was, ihr wisst, ey, ich höre einfach aufs Reden, Mannes Gesicht, 11.10, reden wir gar nicht drüber, danke euch, vielen Dank, ich fühle mich mehr als nur ein klein wenig geehrt, hi, was geht Bruder, als das Bein hat, Entschuldigung, war mir selbst unangenehm, aber ich dachte, in diesem Moment, der Witz wäre jetzt echt lustig gewesen, löscht dich, da ja, also, das Hilfsmusik hab ich wieder ausgescheitert, weil ich nebenbei immer YouTube gucke, wenn ich AFK was mach, äh, aufs Kring, so, deswegen, äh, Musik, so, Spiel laden, ey, 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 ey könnte jetzt direkt mit den, äh, das DLC beten. Ich würde aber noch warten, bis, äh, bis Kip da ist. Ich weiß nicht, ob Kip heute kommt, aber ich würde noch kurz warten. Weil ihr wisst, sonst wäre es etwas ehrenlos. Ich gehe nur mal kurz rein. Ich könnte ehrenlos gesagt, ehrenlos, meinte ich. Nee, nee, ah ja, ich muss erst mal den Haushalt auswählen. Ich habe ja gesagt, ja, ja, ich, ich gehe nur kurz gucken, ob das alles so klappt, ist mir vorstellt, dass wir dann, direkt beginnen können. Nee, der Rest hat sich verklickt. Ey, guck, jetzt kriegst du, ich hab dich echt vermisst, das war, das war ein Witz, ne? Bleh. So, also. Kip! Hi! Perfekt, perfekt. Also, hatte ich ja gestern schon angekündigt, heute ist es soweit. Heute werden wir das Trendleville, der jetzt hier beten. Was uns locker, bestimmt, fünf, sechs Stunden Freude bereitet hat. Und dann können wir endlich Kokoskicks eliminieren. Nach all den Jahren, nach all dieser Zeit, können wir es heute nicht machen. Ich habe nämlich AFK, die, äh, Kämpftüts zusammen, ne? Und jetzt werde ich in den Kampf ziehen. Um Verabredung bitten, das machen wir noch. Das sind meine tapferen Krieger. Belegt ihnen in den letzten, hallo? Belegt ihnen in den letzten Mal die Augen. Die werden keiner von denen, will das überleben. Aber auf ihre lässt natürlich den Mann zu Hause versauern. Kuss geht raus. So! Okay, sie reden da ganz kurz mit denen, das interessiert mich relativ wenig. Ja, warte, ich will dich auch noch rekrutieren. Geh nicht mehr. So, ich packe schon mal die grusige Musik rein, eins und die epische Musik rein, aber die epische Musik ist scheiße. Verwende jetzt mal ganz genauer lauschen, wie die epische Musik ist. Passt du auf. Ne, das ist, ich, ich finde, ah, geh auf, aus, nein, ha, ha, auf. Eigenartig. Ach so, um klein aussehen, natürlich die Türkanmasche da, immer noch da. Einfach die hübsche. Digga, wir sind hier vor einem geheilen Labor und du, dir findest es besser, einen eines falschen Sit-Ups zu machen. Eigenartiger. So. Wir gehen jetzt erst mal, also Kip benutzt erst mal bitte die Schlüsselkarte. und du solltest dich auch, äh, dementsprechend bekleiden. Bist du grad durch den Dings gegangen? Tut mir leid. Ah, das fand ich witzig. Eben schon Musik, MP4, die ist saue heftig, ne, Real Talk. Wann kannst du zweite Monster hinzufügen? Warte, das kann ich euch direkt, das könnte ich euch, also, ich kann es euch sagen, aber nur nicht direkt zeigen, weil das Internet-Kraft ist immer noch einkommen. Und wir stellen euch das Gefühl, wo es geklaut. Also, ihr seht hier, ich habe vier Abonnenten und ich brauche 15 Punkte. Äh, hier, und die Abonnenten-Punkte sind das, hallo? Okay, ich kann es nicht ganz zeigen, aber hier steht Abonnenten-Punkte. Da, wo die vier steht. Hier sind meine Abonnenten- und die Abonnenten-Punkte. Und ich brauche insgesamt 15 Abonnenten-Punkte und ein neues, um einen neuen, äh, Emote hinzuzufügen. Aber, dafür brauche ich auch, über einen Monat lang, 15 Subs. Und das wird auch ne Weile dauern. Da bin ich realistisch. Und deswegen bin ich am überlegen, lösche ich, danke dir. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich, ähm, die so ein bisschen durchwechsel, die Emotes. Das kommt drauf an, weil das war jetzt, also das, was ich hier, also folgender, der war ja, der war einfach so, ein bisschen, äh, sparen wir. So, da hatte ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Und ich hätte ein paar Designs in dem. Mh, mach' klar. 10 vor 10 vermutlich. Ne, deswegen würde ich, würde ich gucken, dass ich vielleicht so ein bisschen durchwechsel die Emotes oder mir mal ein neues hole, weil, sind wir mal ehrlich, dass, ja, der Kursi geschreit, ist das einfach hart und grotzig. Das Emote ist wirklich nicht gut. So, realistisch müssen wir sein. So, wir gehen jetzt erstmal zusammen hierhin. Kipp. Also, kommt der Rest auf? Halt! Äh! Zusammen hierhin gehen? Was soll denn das? Dann hole ich jetzt erstmal, warum kannst du mich nicht leiden? Hier. Hä, warum könnt ihr nicht? Ja, warte mal. Ich gehe, ich gehe nochmal. Ich gehe gleich nochmal mit denen aus Grundstück, äh, zum, zum, äh, zum Grundstück. Ihr wisst. Ja. Ihr reist bitte mit mir. In der Frage ist ja auch, welches Emote, äh, mit, äh, so ein Gesicht darauf, äh, ist auch gut. Es gibt bestimmt gute, es gibt bestimmt gute. Äh, soll ich dir mal ein paar Skizzen, äh, Skizzen machen, und die zeigen. Gerne, gerne, gerne. Gerne, gerne. Ja, ja, Gedruh, also der Plan war ja Gedruh, da hatte mir Paul vor Ewigkeiten, warte mal, das kann ich auch zeigen. Ich weiß nicht, äh, OBS nicht. Holy shit, OBS, vielen Dank. Ich will, ich will austeilen aus dem, bitte gönn noch OBS. Nein, jetzt teppisch, auch Kommunismus. So, Pass auf. Ich weiß, ich, ich, ich sehe persönlich, ich sehe gerade, jetzt sehe ich was, ha? Also Paul, also Short TV, hat er mir da mal eins gemacht. Ich glaube, das ist nicht, dass ich glaube, ich bin, wer ich ehrlich bin, jetzt hat er sich aus dem Internet runtergeladen. Aber, äh, sowas in der Art hat er da gemacht. Es ist jetzt nicht das Niceste, bin ich ehrlich. Aber, ihr wisst ja alle, Pass auf, Gerd Rude, nein. Und wo wir gleich bei den Sounds sind, einfach war ich jetzt Bock darauf.